Marek erklärt die Welt. Ah, diese Schraube kaputt. Vor der Tasche. Du musst nach der Beton. Abziehen. Weißt du? So, mach in den Polen immer. So, diese, da dran. Und ein Schraub. Schraub. Ein Fusch am Bau. Das ist kein Fusch. Das ist Marek. Spezial. Das ist spezieller Holz. Kann man sowas nicht kaufen? Ja, kann. Geht. Aber es kostet Geld für Chef. Und Chef hat nicht viel Geld. Hat gesagt. Wie lange du jetzt Praktikum bei Chef? Ein Jahr. Praktikum mache jetzt. Und kriege 2 Euro die Stunde. Aber dafür ist Chef immer nett. Kann ich wohnen bei Chef. Schlafen. Toiletten gehen. Duschen auch? Duschen nichts. Im Garten aber. Im Garten mit Schlauch, weißt du. Okay, Marek. Dann wissen wir ja Bescheid.